Hello, hello, guten Morgen! Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit in diesem Video. Und zwar hatte ich euch in einem meiner letzten Vlogs erzählt, dass wir so ein bisschen unsicher sind, wohin es für uns in den Urlaub geht. Und jetzt haben wir uns entschieden. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz interessant für euch mal zu sehen, wie das so ist, in der Großfamilie in den Urlaub zu fahren, alles vorzubereiten. Aber ihr könnt euch mit Sicherheit denken, dass da einiges ansteht. Noch dazu kommt, dass ich heute spontan entschieden habe, noch eine Windeltorte zu basteln, alles vorzubereiten. Da steht auch schon der große Karton. Und zwar ist es so, dass ich denke, dass die Beschenkte ihre Babys dann schon hat, bis wir vom Urlaub zurückkommen. Sie bekommt Zwillinge. Und das möchte ich heute auf jeden Fall noch fertig machen und verschicken, damit es eben rechtzeitig ankommt. Es beansprucht mit Sicherheit einiges an Zeit. Deshalb muss ich jetzt Gas geben. Ich habe auch schon zum Teil ein bisschen was vorbereitet. So sieht es jetzt aus, also wie auf dem Schlachtfeld. Und meine Freundin Steffi hat auch Ende des Monats Geburtstag. Und deshalb habe ich hier schon was vorbereitet. Ich habe was bei Flaconi gekauft, ein Parfum, das sie sich gewünscht hat. Das möchte ich jetzt auch noch schön verpacken, eine schöne Karte schreiben und das eben auch noch alles zur Post bringen, damit ich das in einem quasi mache. Und ja, wie gesagt, dazu nehme ich euch heute mit in diesem Video. Da habe ich auch schon einiges vorbereitet. Ganz wichtige Sachen, die ich nicht vergessen darf. Und mein Glätteisen. Da ist auch noch ein Paket angekommen. Ja, also ihr merkt schon, es steht wieder einiges an. Aber auch das schaffe ich. Mal schauen wie. Bis heute Abend. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und los geht's. Ich bin ja mal gespannt, was das kosten wird, bei der Post so ein Riesenpaket zu verschicken. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, was ich dafür bezahlt habe. Ich war heute Morgen übrigens auch noch beim Rathaus und habe unsere Unterschriften beglaubigen lassen. Ich habe ein Schreiben aufgesetzt, dass der Moritz alleine fliegen darf, also dass er unsere Erlaubnis hat. Und dazu habe ich eben einen Stempel gebraucht vom Rathaus. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das alles glatt läuft. Also der Moritz ist ja schon 16, er fliegt mit der Lufthansa. Und wir haben auch auf der Seite nachgeschaut und so weiter. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Er kommt ein paar Tage später und geht auch ein paar Tage früher. Also er bleibt wirklich nur ganz, ganz kurz. Aber er muss noch einiges für die Schule vorbereiten. Und deshalb haben wir so jetzt das für uns entschieden, haben diese Lösung gefunden. So, ich mache jetzt erstmal der Steffi ihr Paketchen zurecht. Und zwar hat sie sich dieses Parfum hier gewünscht. Das habe ich bei Flaconi gekauft. Da waren noch zwei Pröppchen mit dabei und diesen Nagellack hier habe ich ihr noch gekauft. Der sieht so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es scharf wird. Jawohl. Also das packe ich jetzt alles schön zusammen. Ich hebe ja immer so Verpackungsmaterial auf. Und zwar habe ich hier auch noch sehr, sehr schönes Material mit so Konfetti, damit man dann eben Freude daran hat, es auszupacken. Das kommt dann auch zu der Windeltorte mit dazu. Ich habe auch Luftballons gekauft. Die wollte ich noch mit Helium befüllen und dann eben mit zur Windeltorte packen. Deshalb habe ich auch so einen großen Karton gewählt. Also nicht wundern, dass der so riesig ist. Aber ich wollte halt einige Luftballons mit reinpacken. Und oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffen werde. Deshalb muss ich jetzt Gas geben. Und ja, wir sehen uns einfach weiterhin. Ja, so machen wir es. Ich muss Gas geben. Kurze Pause. Ich habe dem Liam jetzt sein Essen warm gemacht. Und zwar hatte ich Pastinake, Kohlrabi und Kürbis gekocht. Also das habe ich halt so eingefroren, als ich es gekocht habe. Jetzt habe ich es warm gemacht und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihm das schmeckt. Jetzt machen wir erst mal das Letzchen dran. Mein Mann hat übrigens gemeint, das sieht aus wie ein Pyjama. Willst du die Kamera haben, ha? Schauen wir mal, ob dir das schmeckt. So schnell komme ich ja gar nicht hinterher. Hm? Schmeckt es dir? Hast Hunger, ne? Hm. Wie ist es so schön? Wie ist es so schön? Ein bisschen trinken. Kleines Vögelchen. Sie haben noch Gelina. Jetzt aber nicht rülpsen, gell? Ja, einen Löffel haben wir noch. Alles leer gefuttert. Et am Buono. Di piacut bin man da, eh? Di piacut do. Jetzt gibt es noch ein bisschen Obst. Und dann wird er gestillt. Und dann wird Mittagsschlaf gemacht, gell? Damit ich weiterpacken kann. So. Okay? Okay? Ja. Okay. So machen wir es. Übrigens ist es total einfach mit dem Nutribaby. Alles selbst zu kochen. Ich mache euch da sehr gerne mal ein Video dazu. Da hatten mich auch ganz viele auf Instagram gefragt. Ist echt total easy. Also geht ganz schnell und ganz einfach. Ich mache das einmal die Woche. Dann friere ich die Sachen ein. Und dann. Hallo, lecker. Essen. Mangiare. Okay, also. Ich mache hier mal weiter. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und für mich gibt es jetzt eine schnelle Erbsensuppe. Ich habe aus Versehen die Zwiebeln zu lang andünsten lassen. Und habe schon die Erbsen rein. Und ja. Deshalb sind ein paar etwas dunkler. Aber das püriere ich jetzt durch. Und dann lasse ich es mir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe. Aber die Windeltorte, die mache ich für Zwillinge. Und die haben schon einen großen Bruder. Und ich weiß, dass er sehr gern badet. Und deshalb habe ich auch eine Kleinigkeit für ihn vorbereitet. Also irgendwie ist es doch sehr kompliziert. Ich habe mir das super einfach vorgestellt. Aber ich muss tatsächlich jede einzelne Windel mit Tesafilm befestigen. Weil die sonst so aufgehen. Und dann muss ich das hier auch nochmal mit einem Band befestigen. Weil das irgendwie total unstabil ist. Ich habe jetzt hier in der Mitte sowas reingemacht. Deswegen habe ich das noch hier für die obere Etage. Eigentlich wollte ich wirklich eine richtig, richtig große Windeltorte. Aber es gelingt mir nicht. Ich habe jetzt nochmal Windeln geholt. Hier sind übrigens die ganzen Produkte, die ich dann an der Windeltorte noch befestigen wollte. Also ich habe noch mehr gekauft. Und hier sind noch verschiedene Bänder. Ich habe noch ein ganz, ganz schönes altrosanes Band. Das wollte ich auch dran machen. Also es wird ja ein Junge und ein Mädchen. Und ja, irgendwie habe ich es mir einfacher vorgestellt. Aber ich mache jetzt mal weiter. Hoffentlich wird es was. So, okay. Jetzt geht es ans Dekorieren. Also das Teil hat mich jetzt die Nerven meines Lebens gekostet. Ich sage es euch. Jetzt mache ich die ganzen Sachen hier noch dran. Ich habe jetzt hier noch ein Band dran gemacht. Die zwei Schnuller. Werde ich jetzt mal schauen, wie ich das Ganze hier befestige. Und hier habe ich auch noch was vorbereitet. Da kommt die Torte dann drauf. Und da ist sie, die fertige Windeltorte. So sieht sie jetzt aus. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass es so lange dauert. Aber ja, es war doch eine ganz schöne Arbeit, die ganzen Windeln ja so zu rollen und zusammenzukleben. Aber es hat Spaß gemacht. Ich frage mich tatsächlich nur gerade, wie ich dieses Riesenpaket zur Post schaffen soll. Meine Jungs sind nämlich Go-Kart fahren. Und ich bin mit Liam alleine. Das werde ich jetzt dann noch, bevor ich ins Büro fahre, zur Post bringen. Und ich hoffe, dass dort jemand ist, den ich kenne, der mir dann ganz kurz hilft, das Paket quasi zur Post reinzubringen. Und dann geht es auf die Reise. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Es ist allerdings schon kurz vor acht, also ultra spät. Ich war noch sehr, sehr lang im Büro. Ich war aber auch bei der Post. Der Max hat mir Gott sei Dank geholfen. Der ist mitgekommen, wegen dem riesigen Paket. Das waren fünfeinhalb Kilo. Also ich habe knapp zehn Euro bezahlt. Ging voll klar. Ich habe nur Angst, dass die den so durch die Gegend schmeißen und dass die Windeltorte dann kaputt geht. Ich habe zwar ganz viele Luftballons rein, aber vielleicht wäre ein bisschen Schaumstoff oder so noch gut gewesen. Aber das hatte ich jetzt nicht. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt heil ankommt. Und ansonsten hat sich auch noch eine Abonnentin gemeldet, die gewonnen hat bei dem Green Force Gewinnspiel. Jetzt muss ich das morgen noch zur Post bringen oder würde es gerne zur Post bringen, weil wir ja dann ein paar Tage nicht da sind. Und es wäre ja schade, wenn die Abonnentin dann wartet. Da musste ich aber auch erst mal recherchieren, wer das jetzt ist, weil sie sich nicht gemeldet hat. Also falls ihr mal bei einer Verlosung mitmacht, dann seid doch bitte so lieb und schaut auch immer wieder mal nach, ob ihr gewonnen habt. Weil ja, das war jetzt für mich wieder Arbeit zu schauen, wer diejenige ist, ob ich sie auf Instagram finde und so weiter. Das ist alles überhaupt kein Problem. Mache ich auch echt gerne. Aber das hat jetzt auch noch mal Zeit in Anspruch genommen. Und ich muss jetzt wirklich Gas geben. Ich muss meine Wäsche machen. Also das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Auch nicht für euch. Wollt euch ja eigentlich zeigen, was ich alles hier vorbereite. Für die ganzen Jungs, wenn es in den Urlaub geht. Ich mache das übrigens alles alleine für die Jungs. Also mit den Kindern schon auch zusammen. Die suchen das dann aus. Wir legen es zurecht. Und dann packe ich es ein. Und für meinen Mann packe ich tatsächlich. Das macht mir aber überhaupt nichts aus. Also das ist bei uns schon seit, ja, über 20 Jahren so. Alles gut. Und hier sieht es wirklich aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich muss jetzt wirklich Gas geben. Also hier sind zum Beispiel die Medikamente, die ich schon zurechtgelegt habe. Das hier noch für den Liam. Das wollte ich noch mitnehmen. Und ansonsten habe ich unten schon seinen neuen Schwimmring hingelegt. Ich packe das dann immer alles runter an den Eingang. Dann habe ich noch ein Boot bestellt bei Amazon. Das wollte ich auch noch mitnehmen. Und wie gesagt, ich habe alles schon mal unten hin drapiert. Jetzt gehe ich mal eine Runde bügeln. Und dann hole ich euch nochmal dazu. Wie gesagt, ich wollte euch ja eigentlich zeigen, wie es ist, wenn man mit so vielen Kindern in den Urlaub fährt. Also hier ist jetzt mal der erste gebügelte Teil. Das ist natürlich noch gar nichts. Da kommt noch eine ganze Menge dazu. Das ist von den Jungs. Die Sachen von meinem Mann und von mir fehlen noch. Wobei ich sagen muss, dass wir nie viel mitnehmen. Aber ja, es fehlen halt noch die Hygieneartikel, ganz klar. Sonnencreme und so weiter. Und Badesachen, die habe ich schon unten fürs Meer. Hier habe ich mal das Teil hingelegt. Das darf ich nicht vergessen. Das ist natürlich immer unter Aufsicht zu verwenden. Ganz klar, das habe ich mir jetzt neu gekauft. Hier sind die Medikamente. Dann habe ich mir schon zwei Masken zurechtgelegt. Ich bin ja so ein kleines Maskenopfer. Hier ist die Schminke, die ich mitnehmen werde. Also ganz wenig. Und an Pinsel werde ich nur dieses Set hier mitnehmen. Das ist so genial. Das kostet auch nur 13 Euro. Kann ich euch mal verlinken. Ich habe da einen Rabattcode. Bevor ich 10.000 Pinsel mitschleppe, werde ich diesmal dieses Teilchen hier mitnehmen. Ich bin ganz, ganz glücklich. Ich bin schon gespannt. Also ich finde es genial. Hier ist halt diese Aufbewahrungsmöglichkeit. Dann habe ich jetzt hier die Sachen für den Liam zurechtgelegt. Das sieht jetzt so aus. Da werde ich das so direkt mitnehmen. Die zwei T-Shirts habe ich noch neu gekauft. So sehen die aus. Habe ich jetzt nicht geschafft zu waschen. Werde ich dann bei meiner Mama machen. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt hier noch was vorbereitet für meine Cousine. Die freut sich, wenn sie ein bisschen Schminke bekommt. Das sortiere ich immer aus. Beziehungsweise ich schaue halt von den Farben, ob es passt. Und ja, das hebe ich halt so das ganze Jahr über auf. Und da freut sie sich. Jawohl. Und ich mache jetzt mal weiter. Jetzt kommt der Max. Also der Max hilft mir gar nicht, ne? Habt ihr gesehen. Ich habe jetzt mal hier alles runtergeschleppt. Das kann soweit ins Auto. Im Auto sind schon zwei Strandtaschen. Hier ist jetzt auch noch eine. Da habe ich jetzt noch Sonnencreme und noch ein paar Badetücher. Die Badehosen mit rein. Ein Frisbee darf nicht fehlen. Hier ist noch die Strandmuschel. Dann ist der Staubsaugroboter hier für meine Mama. Hier sind die Klamotten der Jungs drinne. Wobei da noch ein Teil fehlt. Das kommt oben in den ganz, ganz großen schwarzen Koffer. Den muss ich noch runterschleppen. Dann werden wir noch den Bollerwagen mitnehmen. Mal schauen, ob wir den brauchen werden. Hier habe ich noch die Trage. Mal gucken, ob er da rein mag. Und Schwimmwindeln dürfen nicht fehlen. Hier in dem Koffer habe ich noch ganz, ganz viele Klamotten für meine Cousine. Da habe ich das Jahr über halt immer wieder mal alles aufgehoben, was ihr gefallen könnte. Und das habe ich jetzt hier rein. Hier ist noch das Boot, von dem ich vorhin erzählt habe. Das habe ich bei Amazon gekauft. Windeln. Hier ist noch die Tasche drin für meine Mama. Hatte ich euch ja auch in meinem Vlog gezeigt. Die wird sie jetzt bekommen. Wartet, ich zeige sie euch nochmal, falls ihr sie nicht gesehen habt. So ist es richtig. Genau, da wird sie sich mit Sicherheit auch freuen. Und ansonsten habe ich unten noch Schirme und die Strandtücher. Genau, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ich würde sagen, jetzt mache ich mal oben weiter. Die Wäsche muss ich jetzt auch noch machen und meine Küche aufräumen. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also die Windeltorte hat mich tatsächlich sehr viel Zeit gekostet. Das habe ich so nicht eingeplant. Und deshalb hinke ich so ein bisschen hinterher. Aber das wird eine Nachtschicht. Überhaupt kein Problem. Aber ich mache mich grundsätzlich nicht so verrückt. Also ich versuche natürlich an alles zu denken, ganz klar. Aber falls ich was vergessen sollte, ja, dann kann man das mit Sicherheit auch vor Ort kaufen. Also jetzt meinetwegen Sonnencreme zum Beispiel, die ich niemals vergessen würde. Aber das kann man ja alles dann vor Ort kaufen. Und deshalb wollte ich euch sagen, macht euch nicht verrückt. Also ich arbeite das auch nicht mit einer Liste ab, was wir alles mitnehmen. Ich gehe das alles im Kopf durch. Ich weiß, was die Jungs brauchen. Und falls ich was vergessen sollte, wie gesagt, kann man das noch vor Ort kaufen. Wichtig ist natürlich, dass wir die Ausweise dabei haben und Geld. Ja, und alles andere. Also ich möchte natürlich auch nichts vergessen, ganz klar. Und das ist eigentlich noch nie vorgekommen. Aber ich mache mich da auch nicht verrückt. Also ja, selbst wenn jetzt jemand eine Nagelschere bräuchte, die ich jetzt nicht mitnehmen werde, dann wird halt eine gekauft, wenn er sich einen Fußnagel oder einen Fingernagel eingerissen hat. Ja, also macht euch da nicht verrückt. Genießt lieber die Zeit, die ihr dann im Urlaub seid. Bei uns ist es ja leider nicht so lange. Wir werden übrigens nach Italien fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe. Wir besuchen meine Mama und nehmen sie mit ans Meer. Sie wollte nicht ans Meer. Sie hat gesagt, oh mein Gott, was sollen denn die Leute sagen? Aber ganz ehrlich, ich habe zur Mama gesagt, es ist ganz egal, was die Leute sagen. Die wissen nicht, was du in den letzten Monaten durchgemacht hast. Ich bringe dich ans Meer. Wir genießen die Zeit und schauen aufs Meer. Ja, atmen die gute Luft ein und bringen auch den Liam jetzt mal ans Meer. Da freue ich mich auch schon total und haben einfach eine schöne Familienzeit. Und das ist das, was zählt und ganz egal, was die Leute reden. Zu reden haben sie ja sowieso immer, egal was man macht. Okay, meine Lieben, also dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich versuche jetzt an alles zu denken, alles einzupacken für diese Großfamilie. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat, auch wenn er ein bisschen anders ausgefallen ist, als von mir geplant. So ist es manchmal. Ich werde euch auf jeden Fall auch mit nach Italien nehmen, wunderschöne Einblicke euch wieder zeigen. Und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und jetzt verabschiedet sich auch so langsam wieder meine Stimme. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis bald. Ciao!